Ja! Du gehst nicht so stark, Momo muss anfangen! Momo! Nein! Nein! Ja, die neue Attacke von Momo übrigens! Gar nicht übertrieben, oder? Ist doch alles möglich! Zack! Ich lebe Momo! Wie kommt der mit? So. Wir haben unsere ID-Karte. Ja. Der ist anweilig, ja. Sieht aus wie ein Kontrollsystem für das Schiff. Aber es ist früh zu kompliziert zum Verstehen. Momo! Hm, sieht aus als würde das für den Steuerkurs gebraucht. Wenn wir starten. Wenn wir starten. Folgen wir genau. Cucurs Anweisungen. Es wird sicher wieder über das Meer zurückfahren. Sehr schön. Aber um das zu bewerkstelligen, müssen wir herausfinden, was ein Antriebsmesser ist. Ich glaube, ich habe so etwas Ähnliches im unteren Deck gesehen. Alles klar. Ich möchte, dass du die Zahl von Antriebsmesser abliest, komm dann zurück und sag es mir. Okay. Okay. Okay, machen wir. Wen haben wir jetzt als Mitglieder, als Ritter? Was ist das? Ich werde Nina. Ich sage Nina. Okay, wir müssen, wenn er 100 ist, mit Momo reden. Ja. Alle die brauchen wir nur, um die Lifts benutzen. Ja, die brauchen wir nur, um die Lifts benutzen. Du zählst mit leise, ne? Bei 100 muss ich mit Momo reden. Das haben wir immer geschafft, bis jetzt beim ersten Mal oder so Das ist nicht so schwer 18 20 21 21 Wir haben Zeit Viel zu lang dann 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 46 47 47 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 63 64 65 65 66 67 69 60 70 72 73 73 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93 94 94 95 96 96 97 98 99 99 100 100 Hey, ich hab da runter gedrückt! Haha! Wir haben's gepackt! Hallo, ich bin Gott! Das hätte... Das darf gar nicht! Nein, ich bin ein echter Gott! Das hätte gar nicht schief gehen dürfen! Nein, ich bin nicht Usi Mandias! Nein! Ich bin noch nicht Lloyd! Ich bin einer der sechs legendären Sanin! Sias gibt sechs bei mir! Ich bin eins, zwei, drei und vier! Dann kommt Sinan und Jiraiya! Das war's! Oh, Shimaru zählt nicht! Er ist tot! Hm... Jiraiya lebt noch bei mir! Nein! Bei mir lebt Jiraiya noch! Oh, Shimaru ist nicht tot! Oh, Shimaru! Kabuto stinkt! Kabuto wurde getötet, man! Nein! Bist du dumm? 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 Bist du mir von der Mut verspoilern jetzt? Kaka stelle von dir überlebt! Von Pain! Ok, Kurs angestrebt! Nein, wir wollen Sigmund nehmen! Ich habe voll Bock auf Musik gerade! Nein, machst du nicht! Was? Meine SMS kannst du nicht lesen! Nein! Mein Handy ist in meiner Obhut! Das darfst du nicht! Das wirst du nicht! Das kannst du nicht! Das... Erlaubst du dir nicht! Ah, Mann bin ich gut! Ich habe auch noch einen Mord gefunden! Ich piss dir... Ich piss dir... Ich piss dir in den Mund, wenn du das machst! Leise im Kopf! Scheiße! Das schaffst du gar nicht! Nun, ich weiß nicht, wie... Wir sollten mal aufhören, hier solche Fäkalsprachen zu benutzen! Ich klinge abgucken! Genau! Das können auch Dreijährige gucken! Genau! Wieso hab ich irgendwann geschmutz? Ich klinge abgucken!